Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Krypto-Update-Video. Bitcoin weiterhin bei 34.800 US-Dollar. Wenig Veränderung, wir befinden uns weiterhin in einem Aufwärtstrend. Steht möglicherweise doch jetzt die Korrektur bevor, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Wir werden auch mal einen kurzen Blick auf Ethereum werfen und natürlich auf die Stocks, nachdem es gestern, ich habe es zeitlich und gesundheitlich, man hört es vielleicht noch an der Stimme, leider nicht geschafft gestern einen Wochenausblick zu machen. Deswegen werden wir jetzt noch mal ganz kurz reingucken und ansonsten, bevor wir starten, Like da lassen, Abo da lassen und natürlich wie immer gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Weiter natürlich gerne, wenn ihr mich unterstützen wollt, meldet euch bei meiner Partnerbörse BingX an. Dort habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, euch die ganzen Indizes, Forex etc. pp. zu traden. Also, Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. So, und dann gehen wir in die Analyse rein. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 34.800 US-Dollar. Ihr seht hier, wir befinden uns derzeit weiterhin in einer Aufwärtsbewegung. Der Trend ist noch nicht gebrochen und wir sind gestern noch mal ganz kurz auf 35.400 US-Dollar knapp gestiegen. Wurden dann aber wiederum abverkauft. Also, Bitcoin kennt momentan nicht wirklich oder will momentan noch keine richtige Entscheidung treffen. Wir müssen dazu sagen, wenn wir mal ganz kurz auf die Futures in den USA gucken, nur mal auf den Nasdaq exorbitant bullish. Also, wir sind da letzte Woche ja auf 15.150 Punkte noch gestiegen. Ich gehe aber diese Woche auch hier von der Korrektur aus. Also, ich bin hier auf jeden Fall short. Auch beim S&P 500 das gleiche Spiel. Wir sind viel, viel zu stark gestiegen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Bitcoin möglicherweise sogar jetzt auch, wie es im Endeffekt letzte Woche auch immer wieder kommuniziert wurde von mir, dass wir hier noch mal runtergehen in den Bereich 33.400, 33.000 US-Dollar runter und dann nach oben hin ausbrechen. Wir sind weiterhin in dieser größeren Seitwärtsrange, die wir hier bilden. Natürlich hat sich jetzt hier in dieser Seitwärtsrange noch mal ein Ascending Triangle gebildet. Trotzdem heißt das nicht, dass wir hier noch mal runtergehen könnten, die Liquidität aufsammeln und von hier aus wirklich den letzten Schub noch mal nach oben in Richtung 38.000 bis 40.000 US-Dollar reinknallen könnten. Also, das ist momentan so ein bisschen mein Plan, dass wir eben hier weiterhin noch mal runtergehen, weil, wie gesagt, das Volumen langsam ein bisschen zurückgeht. Klar, das Positive an der ganzen Sache ist, durch diese Seitwärtsphase hat sich der RSI deutlich, deutlich abgekühlt, was ein positives Zeichen ist. Jetzt schauen wir einfach mal. Ansonsten sollten wir es jetzt wirklich in den nächsten Stunden, wenn wir mal auf einen 1-Stunden-Timefilm reingehen, das mal ganz kurz wegmachen, sollten wir es wirklich schaffen, hier mal über der Marke von 35.400 US-Dollar zu schließen. Wirklich auch mal mit einer 1-Stunden- oder 4-Stunden-Candle. Dann, wie gesagt, hat das Ding Luft bis ungefähr 38.000 bis 40.000 US-Dollar, so wie wir es die ganze Zeit auch schon im Plan haben. Für alle, die einen Long-Einstieg suchen, würde ich jetzt hier in dieser Phase überhaupt nicht jetzt irgendwie hier FOMO hinterherrennen. Kann ich euch einfach nicht raten. Da würde ich dann eher, wie gesagt, warten, dass wir unten in diese grüne Box gehen, die Unterkante der Range irgendwie nochmal antesten, auch wegen dieser Demand, die wir unten drin haben. Und von hier aus dann wirklich diese Marke von knapp 40.000 US-Dollar anlaufen. Also das ist so der grobe Plan, den ich weiterhin drin habe. Ansonsten hat sich über das Wochenende sehr, sehr wenig getan bei Bitcoin. Die Seitwärtsphase gilt einfach. Wir sehen, dass die Altcoins exorbitant stark sind. Sieht zwar jetzt hier drüben nicht so stark aus, aber trotzdem, wir haben Link gestern wieder mit einem ordentlichen Pump gesehen. Mittlerweile schon bei 12,50 Dollar. XRP auch wieder deutlich gestiegen. Sogar Polkadot deutlich im Plus gewesen. Also momentan so leichte Altcoin-Season. Und ihr kennt ja das Spiel. Erst Bitcoin, dann Ethereum. Ethereum bei über 1.900 US-Dollar gewesen. Jetzt die Altcoins. Und möglicherweise dann diese Woche die Korrektur. Schreibt es unten gerne mal in die Kommentare rein. Und wir haben ja, oder ich habe ja die kleine Theorie ja noch aufgestellt. Deswegen auch dieses Video. Gebt euch das gerne. Resonanz war wirklich Bombe. Also vielen, vielen Dank für euer Feedback, dass wir nochmal eine große Korrektur sehen könnten. Aber gut, warten wir erstmal ab. Wie gesagt, Bitcoin. Momentan wenig zu berichten. So. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es hier aus? Gleiches Spiel im Endeffekt. Hier sieht es ein bisschen bullischer aus, weil wir die Range nach oben hindurchbrochen haben. Und somit auch das Ziel hier oben von ungefähr 1.980 US-Dollar immer erreichbarer wird. Aber dafür muss jetzt auf jeden Fall dieser Bereich hier gehalten werden. Sollte das geschehen, sind die 1.980 auf jeden Fall möglich. Ansonsten gehe ich auch hier davon aus, Unterkante der Range, beziehungsweise die Oberkante dieser Range, 1.740 US-Dollar bis ca. 1.750. Das sind die nächsten Long-Einstiege vorher. Würde ich hier jetzt überhaupt nicht mehr irgendwie in eine Long-Position reingehen. Auch Short nicht. Weil, wie gesagt, das Momentum bullisch ist. Wir haben bullische Aktienmärkte. Wir haben diese Woche gar keine wirklichen News, die reinkommen. Also hier wäre ich extrem vorsichtig irgendwie mit Short, Long-Position etc. Da müssen schon richtige Zeichen kommen. Ansonsten, wer echt extremes Risiko mag, kann es natürlich hier jetzt probieren an dieser Unterkante. Das heißt 1.855 Stop-Loss. Ganz, ganz eng hier unten bei 1.845. Mir wäre es zu riskant, aber das ist die einzige Möglichkeit, die es hier gäbe. Aufgrund des Supports. Ich würde es aber auf jeden Fall nicht machen. Ansonsten, wie gesagt, sehr, sehr ruhiger Markt. Wir sehen bullische Aktien in die ITs. Mal gucken, was da heute noch im Endeffekt reinkommt. Aber wie gesagt, es wird diese Woche kaum News geben. Also Wochenausbegift ist es nicht so schade, dass es nicht kommt. Aber trotzdem tut es mir leid. Vielleicht werde ich ihn nochmal nachliefern. Ansonsten tut sich rein gar nichts. Auch Gold weiterhin seitwärtsphase. Wir gucken den DXY an, der einen deutlichen brachialen Abverkauf gesehen hat. Aber auch hier, wenn wir uns mal so ein bisschen die Phase hier angucken, ist es weiterhin eher seitwärts geprägt. Also warten wir mal ab, was kommt. Bitcoin würde den Ton angeben. Diese Woche sollten wir es nach oben hin schaffen über die Marke von 35.400. Dann ist es bullisch. Wenn nicht, dann gehe ich stark davon aus, dass wir diesen Turnaround in Richtung 33.400 bis ungefähr 33.000 US-Dollar kriegen. So, und ansonsten war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann vielleicht später nochmal zum Altcoin-Update-Video. Wie gesagt, ich muss gucken wegen meiner Stimme. Man hört es extrem. Und ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, sorry, dass es sich so ein mega langes Update gibt. Aber, wie gesagt, ihr seht den Markt, es tut sich derzeit einfach viel, viel zu wenig. So, und damit wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche, einen erfolgreichen Start in die Woche. Vielleicht bis später. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, bis dahin.